hallo und herzlich willkommen im hobbykeller ich bin der bob und willkommen zum ersten video dieses kleinen neuen projektes oder dieser kleinen neuen projektreihe ich werde immer wieder von euch gefragt hey mach doch mal was 12 volt ich hab doch 12 volt verbraucher mach mal 12 volt gut machen wir 12 volt wir machen eine kleine 12 volt anlage wir brauchen dafür 12 volt spannungswandler habe ich wir brauchen 12 volt weg laderegler habe ich wir brauchen eine 12 volt batterie habe ich kabel organisiere ich mir wir machen kleines projekt das ist jetzt mal das erste video wird ein relativ überschaubares projekt und ich werde auch immer wieder in diesem projekt einfließen lassen warum es unnötig ist ein 12 volt system eigentlich zu bauen das den ein oder anderen seiten gibt kann ich mir leider nicht verkneifen und ich werde euch einfach mal so ein bisschen plakativ zeigen wie man da handhaben muss wenn man eben ein 12 volt system baut genau als allererstes reden wir mal über den laderegler wir wollen jetzt irgendwas betreiben und als allererstes nehmen wir da natürlich nicht mehr so einen alten kasten wie den dann hat mir mal ein zuseher zugeschickt ich zeige ihn gern mal hoch das muss was aus den ersten tagen der pv gewesen sein irgendwas hier 12 volt 24 volt hey 12 volt den könnten wir schon nutzen aber so richtig sehen tut man da nichts geirrt naja volt schon ich weiß auch gar nicht siemens ich weiß noch gar nicht so richtig ob er funktioniert irgendwann muss ich den mal in betrieb nehmen die ersten ernstzunehmenden laderegler habe ich hier das ist ein prevent gmbh da kann man sogar eine app runterladen da kann man nämlich daten rausziehen dann sehen wir was da los ist da haben wir schon mal unseren laderegler jetzt ist die frage wie viel wollen wir denn betreiben das ist ein 10 ampere laderegler und der kann das richtig rum gehalten der kann 12 volt bei 10 ampere was ist das jetzt 10 volt bei 12 ampere das sind 10 mal 12 120 watt 120 watt panel also 120 watt sonnenenergie ist dann sozusagen das limit ist ein bisschen wenig muss man auch hier zeug ran füllen und so na gut wir könnten sie jetzt auch mit dem all in one gerät machen da ist jetzt hier günstigster kleinster laderegler der welt oder kleinstes batteriesystem der welt pv-modul ran klemmen ran sind wir schon dabei aber das ding hat auch nur 10 ampere das ist sogar nur pvm ich glaube dass auch wir brauchen was größeres also den alten nicht den kleinen nicht was wollen wir betreiben auf jeden fall mehr mehr wir brauchen wir müssen mehr betreiben wir brauchen was größeres so da das schon bedeutend größer oder jetzt das ist schon das doch gestern kasten oder jetzt sind wir doch schon jetzt sind wir doch schon beim mehr das ist ein 30 ampere jetzt machen wir schritte jetzt machen wir schritte ja 30 ampere laderegler ja weil 30 ampere mal 12 volt das sind auch nur 360 watt ist jetzt auch nicht so schön oder 360 watt naja da ist noch nicht mal die bohrmaschine ja klar wir nehmen dann wenn man mit bohren wollen oder so dann nehmen wir ein bisschen was aus der batterie bisschen was vom solarpanel und dann muss halt nachladen dann muss aber auch schon wieder mit der sonne passen ist auch mal ein problem 360 watt ist auch nur ein großes panel oder bei das ding können wir wahrscheinlich ein 400 watt panel ranhängen dann ist der 12 volt laderegler auch schon wieder voll da brauchen was größeres also das ist schon mal es geht in dir brauchen was größeres jetzt kommen wir schon näher das ding hat ernsthaft masse das ding hat ernsthaft masse aber hey ihr wollt eine 12 volt anlage steht riesengroß drauf 60 ampere alter das ding das ding erträgst du nicht mal vor sehr schön jetzt steht hier drauf 12 volt 24 volt 36 volt 48 volt und das schöne ist das ist von liedheim da können wir die batterie im prinzip auch dazu kaufen was haben wir jetzt 12 volt mal 60 ampere das sind 720 watt sind auch noch nicht mal 1000 partner übrigens gott krieg ich das jetzt gehalten also passt mal auf nur mal dass ihr das mal wisst 720 watt würden wir mit dem teil ein 24 volt bauen hätten wir schon 1400 ich schreibe sicher wohin so weil es jetzt einfach mal der größte oschi den ich jetzt mal anbekommen habe im übrigen das ist auch ein 50 ampere laderegler das ein bisschen kleiner aber das auch ein bisschen teurer das muss man der fern ist aber jetzt auch mal dazu sagen aber für das projekt muss es jetzt eben dieser oschi sein also ihr merkt schon also je größer das ding ist desto mehr kohle kostet das natürlich auch also ihr seht schon wenn ihr euch für so ein system entscheidet dann ist das natürlich auch irgendwo mit kosten verbunden der laderegler muss nur halb so groß sein wenn man 24 volt system baut ich wollte es nur gesagt haben und für die leute die jetzt dann schon das sagen ja aber ich habe doch 12 volt verbraucher dafür gibt es so was ist auch ein spannungswandler der macht aber aus 24 volt 12 volt also der macht um genau zu sein macht er aus irgendwas zwischen 15 und 40 volt zwischen irgendwas zwischen 15 und 40 volt macht er 12 volt ja das haut auch nicht ganz hin da macht er 12,1 bis 11,9 aber das hält er dann auch allerdings kann der hier nur was kann der 10 ampere sprich 120 watt also wenn jetzt 120 watt irgendwas auf 12 volt hat kann man auch das machen wenn man eine 24 volt anlage hat gibt es auch größer gibt es auch bis viele watt ist egal wir machen auf jeden fall ein 12 volt system und wir werden den gravenzer hier dafür benutzen und weil es natürlich passt werden wir auch irgendeine lead time batterie dazu tun weil dann hat man lead time mit lead time dann hat man herstellerspezifisch wir könnten jetzt auch rein theoretisch für dieses projekt ein ep ever laderegler oder ein viktron laderegler nehmen ep ever ist nicht so schön wie für lithium eisenphosphat batterien da muss man bleibatterien nehmen viktron ist zu teuer für sowas das sehe ich auch ein dass das viele nicht machen können und der riesen vorteil bei den geräten ist halt einfach die sind schon vorprogrammiert für die lithium eisenphosphat batterien warum naja bei lead time will ja batterien verkaufen und laderegler deswegen haben sie es gleich aufeinander abgestimmt macht halt sinn genau dafür werden wir das benutzen dann beim nächsten mal kümmern wir uns um die batterie und vielleicht eventuell gleich ums panel und da muss man dann aufpassen bei bei blei da reden wir dann schon von batterien weil eine so eine kfz batterie wie jetzt da hinten steht kann man mit 60 ampere nicht laden dann geht das kaputt also dann haben wir dann schon wieder andere probleme ich greife schon wieder vor also ich denke das war anschaulich für den ersten teil jetzt warten wir dann mal auf den zweiten teil dann machen wir das schön mit der batterie und dann brauchen 12 volt system ich hoffe ihr seid dabei bis zum nächsten mal